Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA Rage Andreas. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt in der letzten Mission war ich ein bisschen am Ragen, weil es mich doch ein wenig aufgeregt hat, die letzte Mission. Oder es ist vielleicht noch so ein bisschen harmlos ausgedrückt. Aber ihr wisst ja was ich meine, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, was ist das denn? Ich bin noch fix und fertig. Ich habe mich echt mitgenommen. Äh, 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 hallo? Äh, warum? Warum 5 Sterne? Leute. Ich bin nur da dran vorbeigefahren. Hallo. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Lass mich Ruhe. Scheiß Bullen. Ich will den Speicher. Oh. Ich bleib jetzt hier drin. Bis die sich da draußen beruhigt haben. You motherfuckers. Ich, ja. Eieieiei. Eieiei. 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 Ich kann auch immer mal gebrauchen. Oh, vielleicht. Den will ich nicht. Ich hätte ja sonst einen FIB-Wagen genommen. Aber die sind ja offensichtlich alle schon wieder weg. Ja, äh, gab's vielleicht mal ein bisschen Action. Black Project online. Nein. Oh, man. I'm passing through life, same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? No. I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not a man. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain. Better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even touch it. Oh, my God. Oh, nein. I don't know. I don't know. What is that? We have to... The dead pack to catch. Hey, Truth. Do we have a plan here? Go, go, go. Hey, hold up, dude. Mieser motherfucker. Fucker. Haha. Oh, God. Oh, man. Oh, man. What's that? Dude. No shit. What's her? Oh. Sorry. I got a wand here. Great shit. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Da haben die mich schon Wo ist der Luftschacht bitte? Sehen Sie mich hier ernsthaft? Ich brauche etwas R&R 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 Und der da Ich brauche etwas R&R Ich brauche etwas R&R Auf dem R&R Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, God. Let's get up here. I'd like to align diagnostics, but that fridge is all limited to diagnostics staff. Could whoever stole the composite lab slugs, please return them. All personnel wishing to go to Shazam tonight, please inform reception at your earliest convenience. Hold on. To the owner of the alien culture in a diagnostic lab fridge, kindly remove it. What the hell? This is all in that luck. The girl viewers' alley have arrived in the canteen. Tonight's menu is posted in the canteen. All bags can be ordered from human resources. I'm saying it's your lung. Yeah. To the owner of the alien technology will not be invited on the next staff night I'll. Oh mein Gott. Oh Jetzt ist volle Action angedacht Oh man Shit Hallo Oh Warum trafisch die denn nicht? Jetzt aber Hä, Junge Danke Holy Crap, Alter Hier gehts aber nochmal frei Hallo Nein Fickt euch Fickt euch Fickt euch einfach hart ins Knie, Alter Ohne Witz Fickt euch einfach so dermaßen hart ins Knie Fickt euch Fickt euch Fickt euch Fickt euch Bis bald Fickt euch Fickt euch Wow. Alter. Junge, Junge, Junge. Das ist echt eine beschissene Mission ey. Possible intruder sited, condition blue, set searchlights to tracking mode. This is a code red, all personnel adopt intruder protocols. All towers are cleared to use lethal force, repeat lethal force. Lockdown protocols initiated, blast doors and security tower isolated. Oh, jei, jei. Oh, Gott. Oh. Oh, Mann ey. Extern verteidigungsanlagen, Alter. Aber treib nicht, mit einem Spunnalarm. Personnel, please be aware we are at condition red. This is not a drill. This facility has been breached. All security personnel head to the research lab now. Why am I so jumpy? Personnel reminded that the downloading of pornography is strictly prohibited. The composite lab would like to remind Diagnostics of that. That is off limits to Diagnostics staff. Could whoever stole the composite lab plus, please return them. All personnel wishing to go to Shazam tonight. Please inform reception at your earliest convenience. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. I have a minigun. The Gorbiler's Valley have arrived in the canteen. Hehehe. You are now on the ass, kids. Tonight's menu is posted in the canteen. Both bags can be ordered from human resources. I think I'll get the last time. Personnel found stealing alien technology will not be invited on the next stop sign out. He needs to be the last one. He's already above. Oh, der ist hier. Wie ist der? Was ist er? Oh, der ist hier. Oh, der ist hier. Oh, der ist hier. Der ist hier. Aber kein Mitleid. Hä? Was sagt hier auf der Etage? Hallo? Wo steht's hierher? Was ist hier drauf? Von hier kam es doch. Aber hier muss ich gleich schlafen, ne? Ja, lang. Ja, lang. Ja, lang. Ja, lang. Ja, was zum Wohl. Ah. 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 dieser alarm geht mir hart auf den sack aber wie es weiter geht ja das erfahrt in der nächsten folge wir sind am ende angelangt ich bedanke mich fürs zusehen wenn es euch gefallen hat lasst ein like da ein abo da und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin